Guten Morgen, Klasse. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute ist der 18. Moment. Wo ist der 18.? Gut. September 2020. Heute ist Freitag. Klasse, heute ist Freitag. Nein, Herr Depp, das ist nicht Freitag. Oh, Klasse. Vielleicht, das ist Freitag. Nein, Herr Depp, das ist Mittwoch. Oh, gut. Dann hier ist Freitag. Ja. Okay, Klasse. Was ist morgen? Morgen ist Samstag. Klasse, was ist übermorgen? Sonntag. Gut. Was war gestern? Stimmt, das ist Donnerstag. Ausgezeichnet. Was war vorgestern? Stimmt, es war Mittwoch. Gut gemacht. Okay, Klasse. Wie ist das Wetter in Bernau? Wo ist Bernau? Wo, wo, wo? Das ist in Bayern. Bayern ist in Deutschland. Okay. Klasse, wie ist die Temperatur in Bernau heute? Stimmt, es ist 22 Grad. Klasse, gibt es eine Chance Regen? In Bernau? Es gibt 40% den ganzen Tag. So, ja, es gibt eine kleine Chance von Regen. Gut. Und, Klasse, ist das Wetter warm, heiß oder kühl? Meiner Meinung nach, das Wetter ist warm. Klasse. Klasse, was ist das? Das ist ein Bild von Eier. Klasse, wie viele Eier gibt es? Gibt es ein Ei, zwei Eier, drei Eier, nein. Es gibt sechs Eier. Mit mir. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es gibt sechs Eier. Welche Farbe ist das Ei Nummer zwei? Ist Ei Nummer zwei, rot oder orange? Gut. Es ist orange. Welche Farbe ist Ei Nummer vier? Ist es lila oder grün? Es ist lila. Gut, Klasse. Welche Farbe ist Nummer sechs? Ist es blau oder grün? Stimmt. Es ist grün. Klasse. Was heißt Farbe auf Englisch? Was ist das? Stimmt. Color. So, wenn ich sage, welche Farbe ist Nummer eins? Du sagst, Ei Nummer eins ist gelb. Perfekt, Klasse. Gut gemacht heute. So, wenn ich sage, welche Farbe ist Nummer zwei, drei Eier, 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 drei Eier,